In einer fernen, unbekannten Welt werden tödliche Kampftechniken praktiziert, die von Generation zu Generation vererbt werden und ihre Krieger unbesiegbar machen. Er hat uns verraten. Jeder, der in ihre Geheimnisse eindringen will, bezahlt mit dem Leben. Karate Champ. Ich werde kämpfen. Doch dieser Mann, Commander Connors, Nahkampf-Spezialist, Ich glaube, ich liebe dich. Aber Commander. befindet sich auf einer sehr persönlichen, unerlaubten, Ist er weg? Er musste seinen Bus kriegen. geheimen Missionen. Ich mache sie fertig, Tenko-san. Er hat eine gefährliche Entdeckung gemacht. Tötet ihn! Die ihm seine Feinde niemals verzeihen werden. Karate Champ. Ich will Connors Kopf haben. Sie haben uns verraten, Mr. Connors. Er muss um sein Leben kämpfen. Karate Champ. Das Schwert des Todes.